Das Schloss du Ronde Mit dabei sind die junge Gabriele Dubois, die mit ihrem Bruder, dem temperamentvollen Jäger Renald, im Jägerhaus des Grafen von Durande wohnt. Das ist das Jägerhaus, das Schloss Durande sehen Sie hier im Hintergrund. Und der Papa von den beiden war auch Jäger, aber die Eltern sind schon tot. Dann gibt's den Juniorchef, also den jungen Grafen Hippolyte von Durande, der zwar Aristokrat, aber trotzdem eigentlich ganz nett ist. Die drei sind die wichtigsten Figuren, den Rest kriegen wir später. Los geht's an einem schwülen Sommerabend 1788, wo Renald vor dem eigenen Haus rumpirscht. So, ich kann zwar eigentlich nicht glauben, dass die Gabi einen Lover hat, was die Leute mir erzählt haben, aber wenn doch, dann erwisch ich den. Na klar, er ist Jäger. Erst schießen, dann reden. Und dann sieht er sie tatsächlich mit so einem Typen aus dem Haus rauskommen, legt an und bang und Gabi so, Jesus Christus, wirft sich dazwischen, bang, aua, wird getroffen und der Lover zieht eine Pistole und sagt, was ist los, bist du verletzt? Verschwinde hier! Und er haut ab. Renald eilt zu ihr und sie so, was machst du, Mann? Wer war das? Oh Gott, du bist verletzt! Na, mein Lover natürlich! Er nimmt die Pistole, die der Lover fallen hat lassen, guckt sie an und sagt, waaah! Und du weißt wirklich nicht, wer das war? Nein, weiß ich nicht! Oh Gott, du musst erstens verbunden werden und morgen sofort zu unserer Tante ins Kloster. Aber sie kann natürlich nachts nicht schlafen vor Aufregung, so schlimm ist die Verletzung übrigens nicht, und geht alleine durch den Wald ins Kloster, wo ihre Tante, die Priorin, sie freundlich aufnimmt. Ihr Bruder kommt auch am nächsten Tag, findet es erstmal gut, dass sie so selbsttätig vorgegangen ist und sagt, also Sis, ich hole dich bald wieder ab, so schnell es geht, okay? Und sie so, ja, okay. Und dann vergeht aber viel Zeit und er holt sie nicht ab und sie sagt, jetzt würde ich meinen Lover schon ganz gern mal wieder sehen. Im Kloster gewinnt sie eine Freundin, Schwester Renate. Boah, wie du da alleine durch den Wald, das hätte ich nie gekonnt, du bist schon echt krass, die romantische Heldin. Und dann singst du ja auch immer noch diese Volkslieder. Apropos Romantik, ich erzähl dir mal ein Märchen. Es war einmal eine Prinzessin mit bösem Riesen als Bodyguard, der ihren Beutigam, du kommst hier nicht rein, nicht ins Schloss ließ. Aber eines Nachts schlief der Riese ein und da konnte sie raus und bang, war da ein Ritter in einem Boot. Wah, hier ist auch ein Mann im Garten nämlich. Und Gabi fällt, huch, ein Tuch runter, das der Unbekannte klaut. Etwas später hat ihre Tante die Priorin Geburtstag. Und da kommt ein reitender Gentleman vorbei und die Tante so, Gabi, hol zu unserem Gast bitte mal ein Glas Wein. Und Gabi holt bitte mal ein Glas Wein und sagt, bitteschön, Mister. Und er schaut sie an und sagt, ich schaue dir in die Augen, Kleines. Und sie so, wah, der hat mein Tuch und überhaupt, das ist mein Lover. Dann ist er weg und sie so, wer war denn das bitte, Tante? Und sie so, ja, das war der Juniorchef hier, der junge Graf von Durande. Der hat sein Pferd natürlich auch mitgenommen. Und sie so, was? Schnitt. Zwei Wochen später geht Renald zu seinem Chef, dem alten Grafen, und sagt, Herr Chef, ich bräuchte bitte zwei Wochen frei, weil meine Schwester ist in Paris bei Verwandten und ich muss sie abholen. Und der so, ha, 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 na, wenigstens hat mein Sohn guten Geschmack. Denn der junge Graf ist nach Paris und Gabi ist aus dem Kloster verschwunden. Na los, nur zu, hau ihm auf die Finger, aber keine bleibenden Schäden anrichten, klar? Und er so, hm, hm, und macht sich auf den Weg nach Paris, wo er zunächst mal in der Vorstadt bei einem Vetter von ihm, dem dort eine Kneipe gehört, absteigt. Und er sagt, bonjour, und sie so, äh, hast du Gabi gesehen? Nö, ich wusste es, er hat sie verführt. Bei dem im Hinterzimmer lernt er einen echten Revolutionär kennen. Wer die anderen ernährt, ist ja auch der Chef, Arbeiter aller Länder. Ach nee, das ist ein bisschen später. Und er unterhält sich mit Renald, der ihm von seiner Mission berichtet und der so, ja, ja, die Durandes, das sind die richtigen Parasiten hier, wurmzerfressene Lover. Nein, hier, dem kannst du eine Botschaft von mir geben, kritzel, kritzel. Und er schreibt ihm so ein Briefchen, das nimmt der Renald mit sich, obwohl er gar nicht weiß, was drinsteht. Dann gelingt es ihm tatsächlich, zu Graf Durand vorzudringen, und zwar als der von einem Ball nach Hause kommt und so ein bisschen nachdenklich ist und sagt, Renald, was gibt's? Meine Schwester ist weg, bitte gebt sie mir zurück, gnädiger Herr. Und er so, was hab ich denn damit zu tun? Ja, die ist hier. Und er so, was? Wo denn? Und der weiß nicht, was er machen soll und gibt ihm den Zettel von diesem Revolutionär. Den nimmt der Graf, liest ihn, hütet euch, ein Freund des Volkes? Soll das eine Drohung sein oder was? Du Revolutionär! Als Aristokrat findet er die Revolutionäre natürlich nicht so gut. Raus mit dir! Und er wirft ihn raus. Im Hof hört Renald eine Frauenstimme, die singt, Dein Schatz lässt dich grüßen aus weiter, weiter fern. Was? Das ist doch ein romantisches Volkslied. Und die einzige, die in dieser Novelle singt, ist die Gabi. Ich hol dich zurück und wenn ich bis zum König gehen muss. Gesagt, getan. Renald verfasst eine Bittschrift, was ziemlich anstrengend für ihn ist, und dann stiefelt er nach Versailles, wo der König natürlich im Park spazieren geht. Oh Gott, ich hab so Revolutionärmigräne. Und er drängelt sich durch die Leute und sagt, Entschuldigung, Majestät! Und er so, äh, ja, was gibt's? Aber Graf Durande ist in seiner Umgebung und sagt, Wache, nehmt den Mann fest! Nein! Und wird festgenommen und der König so, Was war denn das? Ach, das war nur ein Verrückter! Und ganz in diesem Sinne wird Renald jetzt tatsächlich ins Irrenhaus eingesperrt und kommt dort Wochen und Monate nicht mehr raus. Und als er rauskommt, muss er zu Fuß nach Hause und dementsprechend mitgenommen, kommt er in der Provence wieder an und wird dort auch nicht besonders freundlich aufgenommen. Klopft nämlich ans Jägerhaus und sagt einer, Was willst du hier? Ich hab Hunger, Durst und bin müde und will rein. Und er so, verschwinde! Die Ära von Renald ist zu Ende. Und der lässt sich aber nicht abschütteln, sondern tritt die Tür ein. Und der so, Waaah! Schon gut! Ich hol mir nur mein Gewehr und meinen Hund und dann hole ich mir mein Recht. Und der so, Waaah! Und so stapft er als Avenger in den Wald und der neue Jäger hat natürlich nichts Besseres zu tun, als zu seinem Chef petzen zu gehen. Der alte Graf ist sowieso schon so ein bisschen durch den Wind und dement und der so, Der Renald ist da und will sich rächen! Und der so, Waaah! Und stirbt. Daraufhin kommt natürlich sein Sohn aus Paris zurück und sagt so, Boah, überall auf der Landstraße fliehen der Adlige. Ich meine, gut, es ist Sommer 1789, aber ich kapituliere nicht. Und da hört er eine Stimme singen. Wald, Sterne, Nacht, Liebe. Und der so, Hä? Wer war das denn? Und einer von seinen Angestellten sagt, Das ist der neue Gärtnersbursche aus Paris. Ich verstehe das alles nicht. Früher hat in dieser Novelle nur Gabi so romantische Volkslieder gesungen und die Nonnen haben sie auch aus dem Kloster vertrieben und das ist jetzt Staatseigentum. Und dann geht's los. Am Abend kriegt der Graf ein Ultimatum. Entweder Graf Hippolit gibt mir schriftlich bis heute Abend um elf, da fehlt ein Komma, das mit Doppel-S, dass er Gabi Dubois heiratet oder nicht und dann soll ein Schuss aus dem Schlossfenster abgegeben werden. Tja, also mit Terroristen kann ich nicht verhandeln. Bang! Und er gibt den Schuss ab. Und das ist der Startschuss für den Angriff des Volkes. Die Revolution war ja sowieso schon überall im Gange. Die haben im Prinzip nur auf den Grund gewartet, den Durande anzugreifen und auszurauben. Die meisten sind einfach nur Plünderer und Marodeure. Und denen hat der Renald jetzt einen Grund gegeben. Und die so, da ist der Graf, auf ihn mit Gebrüll. Und sie schießen schon und plötzlich tönt es, da ist nochmal der Graf, ein Doppelgänger. Und sie sind einen kurzen Moment irritiert, schießen aber trotzdem, bang! Und der Graf eilt zu seinem Doppelgänger und sagt, nein, Gabriele! Ja, hier geht's raus, dann bist du gerettet. Und schöne Grüße an die Braut in Paris. Und er so, was? Nein, oh Gott, du bist verwundet. Und es gibt überhaupt gar keine Braut. Es gab immer nur dich. Ich hab dich immer geliebt, aber du bist verletzt. Und sie so, Wahnsinn! Singt an seine Brust. Bang! Wird er auch getroffen. Aua, das war der Renald! Und sie taumeln nach draußen in den Schlosspark durch so eine kleine Geheimtür. Und da, aua, aua, sterben sie beide. Renald hat ein ganz schlechtes Gefühl, als er da durchs Schloss eilt und den alten Nicolo, den Schlosswart, trifft und sagt, ach, Nicolo, du bist, was ist hier los? Und die so, du Mörder! Naja, es ging schon auch um Gerechtigkeit, oder? Oh Gott, wusstest du das nicht? Die Gabi ist dem Grafen heimlich nach und hat sich als Gärtnerbursche anstellen lassen. Aber der wusste das gar nicht und die hatten nie was miteinander und jetzt sind sie beide tot, da hinten. Und der so, ach, nee! Und dann geht Renald ins Schloss, zündet es an allen vier Ecken an und geht mit einer Fackel ins Schießpulverlager im Eckturm. Bumm! Und so endet die Geschichte dieses französischen Michael Kohlhaas mit Tod und Vernichtung von allem, was er geliebt hat. Mini-Fazit? Lieber erst mal reden und dann die Schusswaffen. weglegen. Und das, liebe Gemeinde, war das Schloss Durande von Josef von Eichendorff. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.